Trader Workstation Kurz und knapp erklärt Wie Sie erkennen können, wie viel Prämie Sie durch den Verkauf einer Option eingenommen haben bzw. wie viel Sie zahlen mussten, wenn Sie eine Option gekauft haben. Zunächst einmal stellen wir die richtigen, passenden Spalten ein, die wir benötigen, um wertvolle Infos auf einen Blick zu bekommen. Klicken Sie hier oben bitte rechts, gehen Sie auf Layout und fügen Sie bitte ein, einmal die Spalte Position, einmal die Spalte Kurswert, natürlich alles nur dann, wenn Sie die noch nicht hier drüben in angezeigten Spalten vorfinden. P und L Sowie unrealisierter P und L und die Kosten Basis Wir ordnen das jetzt noch mal ein wenig hier an. Die Position möchten wir gerne neben dem Basiswert Kurs haben. Den Kurswert möchten wir neben dem Lastpreis haben. Klicken Sie dann auf Anwenden, auf OK und Sie finden die benötigten Spalten in Ihrer TWS-Plattform. So, Sie sehen es hier, wir haben einmal die Chevron Aktie und den VXX ETF haben wir hier im Depot. Die Chevron Aktie hier in der Spalt Position sehen Sie, dass wir einen Kontrakt verkauft haben. Das sehen Sie daran, dass hier ein Minus 1 steht. Umgekehrt, wenn Sie eine Option kaufen, steht hier ein grüner Wert, eine 1. Je nach Kontraktzahl kann das dann natürlich, wenn Sie 5 gekauft haben, steht hier eine 5. Wenn Sie 5 verkauft haben, steht hier eine Minus 5. Der Kurswert hier rechts, das ist der aktuelle Wert, zu dem Sie die Chevron Aktienoptionen hier beispielsweise zurückkaufen könnten. Sie müssten 65 US-Dollar aufbringen. Wenn wir dann hier weiter nach rechts gehen, dann sehen wir bei der Kostenbasis, was wir durch den Verkauf der Optionen erzielt haben. Und zwar haben wir eine Prämieneinnahme von 64 Dollar erzielt. Der unrealisierte Profit and Loss in dieser Spalte hier ist aktuell bei 0. Stimmt nicht ganz. Wir erinnern uns, der Kurswert aktuell, wenn wir diese Position schließen, glattstellen, dann müssten wir eben 65 Dollar zahlen. Das heißt, wir hätten hier einen Miniverlust von einem Dollar. Der Kurswert ist immer der Mitkurs hier zwischen BIT und ASK. Zu dem Kurs wird dann eben der Kurswert der Optionsposition bewertet. Wenn hier jetzt bei unrealisierte P und L zum Beispiel eine grüne 14 stehen würde, würde das bedeuten, wir haben bereits 14 Dollar eingenommen von diesen 64, die wir als Prämie erhalten haben. Wenn wir also jetzt verkaufen würden, also nicht verkaufen, sondern die Position glattstellen würden, sofern hier wie gesagt diese 14 stehen würde, dann hätten wir einen Gewinn von 14 Dollar erzielt. Die P und L Spalte ist letztlich nur dazu da, um zu zeigen, was am jetzigen heutigen Handelstag bereits für ein Profit oder eben Loss, also ein Gewinn oder ein Verlust in dieser Position entstanden ist. Bei dem VXX haben wir eine Position G gekauft. Wenn wir jetzt aktuell die Position verkaufen, also glattstellen wollen, dann würden wir 139 Dollar benötigen, beziehungsweise die würden wir dann eben erzielen durch den Verkauf, so rum. Und wenn Sie hier sehen in der Kostenbasisspalte, 177 US-Dollar haben wir damals gezahlt. Das bedeutet ein unrealisierter Profit or Loss von 37 US-Dollar. Kurz und knapp hier TWS, wie Sie erkennen können, was Sie durch den Verkauf einer Option erzielt haben, wo Ihre Position gerade steht, das Ihr in diesem Video jetzt kurz in etwas mehr als 4 Minuten erklärt. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und viel Erfolg beim Trading. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.